Fortnite-Roleplay-Prank Wir gehen in eine Random-Squad-Runde und geben uns als Kalle aus Kölle aus. Mal sehen, was passiert. Kalle aus Kölle, der Held von Korweiler Wunderschönen guten Abend, hallo. Ja, servus, ne? Servus, kommst du aus Bayern? Ja, freilich. Oh, das ist so ein schöner Dialekt. Kannst du mal ein bisschen was auf Bayerisch für mich? Äh, nee, mach mal nett. Wie, mach mal nett. Mach mal nett. Wieso denn nett? Guck mal hier, wir wollen das jetzt alle. Du hast ein richtiges Publikum, mein Junge. Meine Frau macht das. Deine Frau, ja, dann lass sie das machen. Hallo, meine Frau. Willst du mich jetzt verkack eiern, oder? Was machst du da? Warte, ich will umschnell meine Frau. Hallo, ich bin die Frau. Was ist das denn für ein Move gewesen? Mama. Ach, meine Frau ist schüchtern. Ach, ist die schüchtern? Ja. Ist die so schüchtern, dass sie ja net da ist? Ja. das hat sich sehr traurig angehört du hast kein frau geld kannst du ruhig zugeben kann ich beim kalle kannst du immer die wahrheit sagen vielleicht ist ja imaginär so imaginär hör mal da musste ich meinem sohn den bodo hoch abgewöhneln dass sie das immer näheren freunde ja hoffentlich machst du das so was sagst du wie ich das machen ja erst einmal gehe ich wenn mein sohn mit da ist da gehe ich hier in das spiel dran und guck erst mal was denn hier für ein scheiß dreck spielt man spieler spielten er wird hier wie heißt das fortneid fortneid aber das war der bayerische herr wie ich das gehört am schönen ist ja immer die gegner ausmerzen alle deutsch ja auch wunderschönen mit den armen ich weiß dass man mich als deutsch zählen will ich kann nur kölsch also das hier ist hervorwillen was ist das hier denn für eine arena des todes ich bin am würstchen stand falls ihr mich sucht ich könnte ich bin 56 und du ja dankeschön das sage ich zu meiner frau auch immer klatsch oder nicht genauso ja ich sag zu der auch noch immer hör mal hilde so heißt meine frau hilde mein mein poppers denn ist immer noch so knüppeln hart damit kannst du der walnüsse ja noch knacken nennen sie ab jetzt hilde die wilde ich wiederhole noch mal falls ihr hilfe braucht ich bin hier am würstchen stand hier ist noch kohl und der gegner muss weg der ist schlecht für das wachstum der gegner stand einer liegt auf dem boden was hast du da hier sagt das war mein kleiner bruder im hintergrund hör mal so ist dann natürlich ich glaube ich glaube ich glaube derzeit sind wir dann doch alle ein bisschen rausgewachsen dass wir dann langsam zu durch der freut sich hier der freut sich hier darüber dass der deutsch können und lässt dann den oberdeutschen raus mit deinem opa wird ich doch gern mal ein paar wortscher wechseln den kann ja kaum älter sein als wie ich naja ich glaube ich bin ein bisschen älter wie alt bist du denn wenn ich statt frauen darf ich hab schon die ein oder anderen würstchen gegessen du hast schon die ein oder anderen würstchen gegessen naja so alt und das ist jetzt ein was sagt mir das jetzt wie alt du bist hör mal ich meine das jetzt nicht zum homosexuellen gerade ne das ist mir doch egal ob du auf männern oder weiblein stehst ich möchte wissen wie alt du bist und nicht was für eine sexuelle orientierung du hast Achtung Achtung, 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 warte in die wieder warte, in die Idiot ich weiß nicht ob das spielt da was für mein sohn den bodo ist hör mal, was das spiel da aus dem junge mann hier macht der hier mit uns spielt, ne? Guck mal der wird ja zu nem ganz anderen mensch letzten denn so da liegt die sich strecken da und da muss man so jemandem hier spielen hören mein jung hast du dich noch im griff oder was ist damit ihr kaputt die ein oder andere pille geflossen werden die ein oder andere bildet ist hier flosse naja system und wohin in die oberweite wie alt hast du noch mal warst du ich bin frische 17 frische 17 bist du noch in der schule ich bin nicht mehr so vergesst ich hatte gestern geburtstag bis du noch in der schule habe ich die schiffen arbeitslos aber was du sollst bei jung du müsstest janz janz dringend noch mal in die schule und darauf passen das wäre ganz wichtig dass du noch mal ein paar extra nachhilfestunden lasst mich warten mensch ich hätte ein bisschen was von mir von mir kann die ganze theoretisch immer was lernen ich habe auch so eine hilde bilde nur mit jens viel glück und du musst besonders gut dein dancebein schwingen können sonst ist da ja nicht hilde die wilde ich kann nur die afro muss auspacken ich bin was die afro muss zu werden Prozent von dem nachbarmensch der das zeigt mir mal ein paar ein oder andere wo immer er nach dem mann oder andere da ist auch noch gerne diese karte wurde am den namen von meinem sohn drüber steht und noch ein aber du spielst mit deinem sohn mit dem account der war ach so ach so ich hole jetzt die karten ich habe mir kurz noch ein dringend und noch ein dringend was trinkst du denn so es sei kein kühles blondes mann so was ist in haram so was du da schützt so rein da in die wilde hör mal jung du bist aber aufgeschlossen und keck muss ich sagen hör mal keck nennen wir uns jetzt hier nicht du bist sehr keck bist du hör mal oder ist das was beleidigendes für die ich denke nicht dass wir den sandkapsel gespielt haben dass du mich keck nennen kannst hör mal pass mal auf was ist denn das hier mensch hast du damit die Hilde gar nicht ne das habe ich immer noch mit meinen dance moves gemacht das glaubst du mir jetzt nicht ne ne da glaub ich ja nicht ich hab da so ne heiße sohle auf das parkett gelegt ja ich glaub du hast dich auf dem parkett anders hingelegt mit dem Gesicht ne das habe ich nicht hör mal oh hier war ja ein medkit Mensch kann mir einer sagen können weil ist das jetzt schon wieder medkit weil die sind das hier hör mal du spielst das jetzt auch zum ersten Mal Mensch wie die alten Zeiten ich kann das also wirklich der Jung da den hat da Opa sei mal ruhig wie Opa sei mal ruhig hör mal wie redest du denn mit mir Mensch Mensch wie er der Opa hat ein paar Biergesoffe Mensch Boah ich würd jetzt auch noch gern Kölsch aber Hilde hat gemeint dass ich unter der Woche nicht mehr trinken soll hör mal wir kommunizieren nicht mit der Hilde wir kommunizieren mit unseren Bäusten also wirklich nein nein natürlich nicht schlagen nein 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 das machst du bitte auch nicht mit gleichartigen nein nein das kannst du im Ausland machen ne das machst du generell nur ins Vormassel auch nicht im Ausland und auch nicht im Himmel wenn man mein Nachbar macht das immer mehr ja das kannst du deinem Nachbar sagen dass er nicht alle Paletten am Zaun hat aber doch nicht die Frauen schlagen wo ist ihn mit an hier ne der hat keine Paletten am Zaun der stirbt auch Paletten ja dann ist er wohl kein Nachbar sondern ein Obdachlosen und mit seiner Frau ja das kann gut sein und mit seiner Frau meinst du dann seinen Umzugskarton der ihn die ganze Zeit mit ihm mitbrennt starben Opa ey du machst halt aber ganz toll hör mal wenn du so weitermachst dann kriege ich mir hier doch noch einen Sieg auf der Reihe wo ist denn hier der Bus Mensch wo ist denn der Bus hör mal oh du ich ich witter doch jetzt auch so weitermachen ne dann nö nö ne passt schon passt schon ich hol euch hier zu guck dir hier die Moves an Mensch guck ey das ist ja wirklich zu schnell für mein Auge ich ich hab's doch reingeschissen hör mal das ist die erste Runde seit zwei Wochen Mensch und dann treffe ich hier so ein Kölsche Kollege das ist ja super ja das freut mich auch hör mal woher aus Köln kommst du denn her Mensch ich komm aus Chorweiler 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 da kommen nur die Drecksecke hör mal hör mal das will ich nicht noch mal hören Chorweiler ist mit der schönsten Ochdevo gibt ne hör mal nix gegen dich aber das ist die größte Dreckspart die es gibt Achtung kameraden die Feinde ich weiß nicht ob ich dich da voll nehmen kann so wie du hier Achtung 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 Gegner jetzt haben sie mich da wieder hingerofft mit der Armbrust haben sie mich gejagt wie ein Wildvieh einer liegt ja das war den Armbrust Ganove jetzt holt er seine Freunde auch noch aber was ist denn da denn für ein Aymn Schmermer was habe ich denn hier gemacht was hast du dir gesagt Aymn hey wer hast du da angeaigt du hast du jemanden angeaigt boah jetzt hab die mich da Guck mal ich schließe da schon auf dem Boden auf allen vieren die kennen keine Gnade die Ganonen schießt dann nochmal drauf keine Sorge die Rettung in der Not ist da ja das ist wirklich ein kompletter der Worte nicht mehr los so auch von einem auch zu machen ich wünsche euch einen wunderschönen Abend sehr genau so Salamu Aleikum Aleikum Salam